Schön gesagt. Ja, aber ich meine, das ist so. Kennst du diese Teamfights, wo du beim Nexus bist und dann noch verkackst, weil die Gegner sich in ihrer Base healen können? Ich glaube, der Hoth ja. So, jetzt ist es noch nicht erst gewonnen. Siehste. Der hat's gemacht, der Geile in der Öffnung, meine Uffnung. Sowieso, äh, in der Öffnung. Wenn ich Pushe jetzt Top-Tower rauskomme. Top-Tower mit Urbeilung. Die Hoth ist endgültig. 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 Ne, hätte ich aber noch geprüftet. Glauben, ey. Bis zum nächsten Mal. 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 Yeah. Yeah. Ja. 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 Ja.